Gibt es bei der VBL-Rente auch eine Zurechnungszeit wie bei der Erwerbsminderungsrente? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von RentenBescheid24.de. Ich habe eine ganz interessante Beratungsanfrage bekommen auf RentenBescheid24. Und da ging es darum, dass ein Versicherter, der so um die 55 Jahre alt war, im öffentlichen Dienst arbeitet, eine gesetzliche Erwerbsminderungsrente anstrebt oder auch die bekommen hat. Und der wollte von uns wissen, ob es eventuell auch in seiner Betriebsrente, der VBL-Rente, so eine Art Zurechnungszeit wie in der gesetzlichen Rente gibt. Aber bevor ich Ihnen das Ergebnis bekannt gebe, möchte ich noch mal ganz kurz was zur VBL-Rente überhaupt sagen. Die VBL-Rente ist nichts anderes als eine betriebliche Altersversorgung für Millionen Angestellte im öffentlichen Dienst. Durchgeführt wird die VBL-Rente durch die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder, deshalb auch VBL genannt. Als sogenannte Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte des öffentlichen Dienstes. Die VBL ist eine Anstalt des öffentlichen Rechts und alle Leistungen und Beiträge aus der VBL werden in einer Satzung geregelt. Und unter anderem können in der VBL versicherte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Rentenleistungen für das Alter, hinterbliebenen Rentenleistungen und auch für den Fall der Erwerbsminderungsrente erhalten. Ähnlich wie in der gesetzlichen Rente gibt es bei einer EM-Rentenleistung in der VBL sogar eine Art Zurechnungszeit. Die nennt sich zwar nicht Zurechnungszeit, aber das ist so eine Art Zurechnungszeit. Und zwar gibt es für Versicherte einen sogenannten sozialen Ausgleich, wenn die eine Erwerbsminderungsrente durch die VBL beantragen oder Erwerbsminderungsrentenleistungen durch die VBL beantragen und auch dann in Anspruch nehmen können. Und dieser soziale Ausgleich besagt nichts anderes, dass der Versicherte, wenn er vor dem 60. Lebensjahr eine teilweise oder volle Erwerbsminderung erleidet, eine ganz bestimmte Anzahl von Versorgungspunkten zusätzlich auf sein Versicherungskonto gutgeschrieben bekommt, ohne dass er dafür eigene Beitragsleistungen erbringen müsste. Und so steht es in § 37 Absatz 2 der aktuellen 29. Änderung der VBL-Satzung geschrieben. Dieser soziale Ausgleich ist zwar keine Zurechnungszeit, wie wir das aus dem gesetzlichen Rentenrecht bei einer Erwerbsminderungsrente kennen, aber im Prinzip ähnlich wie eine Zurechnungszeit. Damit wird im Leistungsfall der Erwerbsminderung durch die VBL die Betriebsrente noch ein wenig finanziell aufgewertet. Nicht jede Betriebsrente, die es in Deutschland gibt, hat ein solches Aufwertungssystem. Eines noch für Sie, die Rente aus einer betrieblichen Altersversorgung wird grundsätzlich nicht an die gesetzliche Erwerbsminderungsrente angerechnet, weil eine solche Betriebsrente grundsätzlich kein anrechenbarer Hinzuverdienst nach § 96a Sozialgesetzbuch Nummer 6 ist. Näheres zum Thema VBL-Rente und Erwerbsminderungsrente können Sie auf www.rentenbescheid24.de nachlesen. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.